Hier ist der Titelsong unserer CD, eine Vertonung von Michael zum gleichnamigen Ringelnatzgedicht. Mai-Käfer malen, setze Mai-Käfer in Tinte, es geht auch mit Fliegen. Zweierlei Tinte ist noch besser, schwarz und rot, lass sie aber nicht zu lange darin liegen, sonst werden sie tot. Flügel brauchst du nicht erst rauszureißen, dann musst du sie alle schnell aufs Bett schmeißen und mit einem Bleistift so herumtreiben, dass sie lauter komische Bilder und Worte schreiben. Musik 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 Flügel brauchst du nicht erst rauszureißen, dann musst du sie alle schnell aufs Bett schmeißen und mit einem Bleistift so herumtreiben, dass sie lauter komische Bilder und Worte schreiben. Bei mir schrieben sie einmal ein ganzes Gedicht. Musik Wenn deine Mutter kommt, mache ein dummes Gesicht und sage ganz einfach, ich war das nicht. Applaus 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 Applaus